hier mal ein kleines angespielt von mir und zwar rising 2 rising storm 2 so rising storm 2 vietnam ist gerade die beta hier könnt ihr umsonst runterladen einfach in die bibliothek gehen beziehungsweise was die suchen danach und dann können wir es installieren ja hat 15 bis 16 gb größe und ja ist nicht so toll wie ich dachte also gefällt nicht so wirklich zu sein so ist man auch der namen seite oder wird kommen seite statistik sieht man so aus alles verkackt was man verkacken kann ganz aber ein team ist gekillt und wer wer ist und ich zeige mir was du kannst du zeigen gestorben ist ziemlich ja also sehr langsam dass hier noch besser oder nicht ich weiß es nicht dann wird sie zeigen da wird sie alles zeigen so nachladen ist auch sehr sehr langsam we have a lost alpha was scheiße habe ich schon selber gewillt nicht nicht und das ist der tat mir erwischt ok ja macht nix egal tut nix die sache wie gesagt ich spiel jetzt auch nur kurz an ich bin kurz die seite hier mal gucken was verreißen kann und dann mache ich auch schluss mit dem game weil das gefällt mir irgendwie nicht ich weiß nicht genau wer das developed hat und so und ob das gut oder schlecht ist etc weiß ich nicht aber mir gefällt das spiel halt nicht also 5 euro kann man sich das gönnen irgendwann oder für umsonst hehehe aber kaufen vergeht es dafür ist es einfach zu blöd irgendwie also ich habe nicht reingefunden im spiel eigentliche Sachen sind einfach die staunen ist blöd die übersicht ist blöd so weiß auch nicht da kannst du auch wieder mit dem spiel das ist was gereift hier das ist was gereift hier sieht man auch voll spät Gegner eigentlich ich weiß nicht die Gegner oder Teammates das ist auch ein Problem die ballern die überall rum ich weiß nicht wie die ballern ich kann nicht hier zeigen weil ich bin überhaupt nicht in dem spiel drin ist auch nur angespielt wie gesagt einfach mal angespielt also man kann echt eigentlich nur irgendwo sitzen bleiben und dann die Leute unter Feuer nehmen die Angelaufer haben da kann man eigentlich nicht machen und man rumrennen so wie ich eben das ist zunächst muss man mal angeschossen ich ziehe eine Pakete ja hier kommt sie wieder zu Ende bringen und ins Feierabend ihr könnt sie auch mal selbst antesten und so oder eigentlich in der Farbe sammeln sie mit dem spiel hier aber oh man Rising Storm ist zwar ich hab auch nicht mal den ersten Teil gespielt ne boah die seh ich das so schlecht ich hab auch Schiss immer auf sie zu schießen weil ich immer Schiss hab dass ich meine eigene Leute wegschieß aber ich hab davor auf der anderen Seite um die Seite hab ich halt wirklich komplett immer nur meine eigene Leute gefragt oder mich selbst und das war richtig super war das aber man kann viel zu spät das zeigen gelöse nichts markiert nichts gar nichts boah 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 geh mal runter wie seh kein nix mehr boah boah ja ich bin froh dass ich das Spiel gleich beenden kann Aufnahme hier Krise Wart 27 Sekunden Warum das denn? TK Penalty Ich hab einen Kill? Wie hab ich das denn gemacht? Wie lange dauert das noch? Ok jetzt gleich zu Ende glaube ich Wart gleich zu Ende Ich weiß gar nicht, wie ich die Benze verschieben kann Boah Zack tot Ey du kriegst nix mit Du bist einfach nur tot Oh bitte ey, hör auf mit dem Spiel jetzt Zack tot Ich kann nochmal einen anderen Dings nehmen hier Geht nicht, ist gesperrt Also einige Sachen sind gesperrt Das ist ein Minimum Maximum Also kann ich alle Sniper nehmen zum Beispiel Geht nicht, ist gesperrt Das geht nicht Das geht nicht Schuss Ich habe einen Marker Das geht nicht Hallo Hallo Leaher Marker Bitte Danke Danke Bist du das bei? Marker mit Binokulär, komm ohne! Ich werde nicht mehr spielen. Wo ist denn? Gehe? Ja, jetzt bin ich aber schon wieder tot hier, ey. So hoch war das gar nicht. Oh, ich werde jetzt auch mehr spielen. Ich gehe auch vielleicht falsch vor, aber wie gesagt... Also Battlefield 1 oder so, keine Ahnung... Allgemein Battlefield-Teile, da gehst du rein, zack, 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 bis drinnen. Hier, äh... Vergiss es. Vielleicht liegt es doch daran, dass ich frisch hielt hatte. So ist echt Banane, ey. Sorry für mein Play, kann ich hier schon mal sagen, ne? Hates on, please, hier und so. Okay. Äh, kannst du den Marker SL-3 vielleicht ein bisschen... ...in innerer, in hell, in der Apartment? Auf der anderen Seite, ein bisschen... ...spannende Feuer. Ich habe sie gesehen, ich habe es getroffen und nichts zu tun. Wo? Du kannst doch nicht mehr mit, dass du ihn triffst, ey. Oh, Mann. Und die vertiefen dann schon die Waffe, ey. Ich kann hier... Ich kann hier... Ich kann hier... ...ein Feuer muss ändern. All-Link F-5-2, Spot Leader-2, Marker... ...Pick F-2. Was ist denn so? ...Pack is garantiert, ey. ...Ihr geht. Artillery, fire is on. Be fucking careful, thank you! Oh Did you fucking like it Oh Oh Was Admin have fun Ja Ne Nicht wirklich Ne nicht wirklich Ich hab ja auch was äh Falsch eingestellt Okay Gameplay Kinderspiel Scout Report in Was Ballot Gunshot Ballot I think Gunshot Okay Headshot Ja Ja Statistik sieht so aus, du lachst dich tot Das ist so geil Das ist so geil Das ist so geil Du stehst nicht auf Das ist nicht los Das ist so gar nicht Oh Wenn Du Ja In Das ist so geil WTF? WTF? Ist er erwischt? WTF? 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 Ich weiß nicht was ich falsch mache, keine Ahnung. Ich kann nur auf die schießen, das kann ich nicht machen. Ich drück auch nur einen Schuss drauf, das hat nichts gebracht. Das ist so scheiße. Boah, tut mir den Kopf weh. Bei euch wahrscheinlich auch, wenn jetzt irgendjemand guckt hier. Boah, ist ein bübeles Spiel, jetzt bin ich fast gekauft, Alter. Boah, ich würde es nicht gekauft haben. Ich sagte 5 Euro, kann ich akzeptieren, eventuell. Ansonsten nein. Boah, ich bin schon hier. Boah, ich bin schon mal auf der Seite. 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 So, gleich zu Ende hoffentlich hier. Boah, ich bin schon mal auf der Seite. Boah, ich bin schon mal auf der Seite. Nein. Boah, ich bin schon mal auf der Seite. Ich bin ja nichts mehr! Ich bin ja nichts mehr. Ich bin ja nichts mehr. Alter, ist mir nicht. Das wird einfach nicht angezeigt. Der einzige Spieler hier vielleicht, das ist schon klar. Macht keinen Spaß, kann ich irgendwie bei Amazon gespielen. Zum Beispiel Destiny oder so. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Oh, okay. Also noch nie mal ein Zielkreuz. Ja, da sitzt er wieder. Ja, du Leute, das geht so nicht. Da krieg ich schlechte Laune bei dem Spiel hier. Ich beende das jetzt hier mit dieser super Statistik. Minus 15, drei Kills irgendwie nicht. Oft drauf kamen, keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung. Aber wie gesagt, testet es selber. Macht eure Erfahrungen damit. Das gibt es im Moment, um noch zu zocken bei Steam, ohne zu laden. 16 Geek ungefähr. Und ja, damit bin ich erstmal raus hier. Zusehen trotzdem. Tschüss. Musik Musik Outro